Hey Leute, ich bin wieder an dem Baggersee von der letzten Session. Heute leider alleine, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Alex ist in der Türkei, vertut trotz ein Glück. Ja, wir hatten den ganzen Tag heute circa 30 Grad. Heute Nacht haben sie eine Unwetterwarnung rausgegeben mit Gewitter, starken Regen und Windböen. Ich bin gespannt, was diese Nacht runterkommt. Die Fische sind hier mittlerweile komplett am Laichen. Ich bin gespannt, ob ich diese Nacht einen ans Band kriegen kann. Versuch's rotz in mein Glück. Bis dahin, TITELINES! Tag. 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 Musik Hey zusammen, ja wir haben jetzt Mitte ungefähr, jetzt leicht bewölkt. Die Nacht wurden wir vom Unwetter, Gott sei Dank, verschont. Zwei Fische konnten wir fangen, damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich konnte noch diesen schönen, goldgefärbten Schuppi fangen. 8,2 Kilo, schöner Fisch. Ciao. Musik 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 Musik